Guten Morgen. Pippi machen. Guten Morgen. Habt ihr schön geschlafen? Fein. Pippi machen, gell? Da ist die Mama. So. Nomi, komm Pippi machen. Momi? Habt ihr schön Haier gemacht? Fein, Pippi. Prima. Fehlt aber eine. Die Momi ist immer noch nicht da. Ojo, unser Vielfass. Wie soll er noch anders sein? Nikita. Jetzt aber schnell. Nomi, Pippi machen. Schau doch, komm schnell. Guten Morgen. Kussi. Kussi. Guten Morgen. Komm schnell, weil die anderen Pippi machen. Klingt. Denk. Steht aber noch einer. Dein Bruder. Der Rote Bruder. Nuri jetzt. Komm, Pipi machen. Du Langschläfer. Du Langschläfer. Guten Morgen. Guten Morgen. Das ist ja auch schön im Bettchen, ne? Im Bett ist es schön. So, jetzt mach mal Pipi. Nee, willst du wieder rein? Ist noch zu nass, die Wiese, gell? Ist noch zu nass. Komm, schön Pipi machen. Saba hat auch grad noch ein Bäschlein gemacht. Jo. Komm. Na also. Wusste ich doch, dass da noch ein Heufiel kommt. Ist noch die Wiese nass, gell? So, jetzt gehen wir mal hier. Machen wir mal zusammen hier das Licht aus. Und mal bisschen sauber, ne? Ja. Das sind noch die Reste von dieser Nacht. Jetzt machen wir mal hier sauber. Wenden. Guten Morgen. Ja. Ihr kleinen Sonnenscheine. Wipi machen. Guten Morgen. Wipi machen. Wipi machen. Wipi machen. Da fehlen welche. Da ist die Tiffy. Da muss ich aber mal gucken. Da ist die Tiffy. 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 Untertitelung des ZDF, 2020